Zwei coole Jungs Ich heiße Marlott Key Doyle, ich bin Privatdetektiv und das ist mein Sohn Jack Auf der Jagd nach den bösen Kerlen Sie lösen ihre Fälle auf eine spezielle Art und Weise Verdammt, wo warst du denn? Glaubst du, ich lass ein Bier stehen? Das ist ne Show Republic of Doyle, Einsatz für zwei Auf 13th Street Dad, du bist alt und du blöd